Rote Rosen, droht das Liebesaus bei diesem Traumpaar? Bei Katrin und Florian ziehen bei Rote Rosen erste schwarze Wolken am Liebeshimmel auf. Bis Florian, Stefan Klepp und Katrin, Nicole Ernst, wieder zueinander fanden, war es ein langer Weg. Nach seiner Ehe mit Katrin wollte sich Florian der Gefühle für seine Ex-Frau lange nicht bewusst werden. Letzten Endes siegte die alte Verbundenheit zu Katrin und Florian trennte sich von Anke, Anne Brändler. Diese kommt mit dem neuen Glück des Paares gar nicht klar und lässt keine Gelegenheit aus, ihren Ärger zu demonstrieren. Obwohl Katrin und Florian derzeit Zukunftspläne schmieden, kommen auf beiden Seiten bei Rote Rosen bald erste Zweifel auf. Rote Rosen, Katrin und Leo kommen sich näher. Weil sich Katrin durch Florian in ihrer Karriere ausgebremst fühlt, ist sie frustriert. Der einzige, der sie aufmuntern kann, ist ihr Physiotherapeut Leo. Der sieht in Katrin schon lange mehr als eine Patientin und hofft insgeheim auf eine Annäherung der beiden. Als die beiden sich zufällig auf dem Aussichtsturm Heidelhimmel treffen, entsteht eine magische Anziehung zwischen den Zweien. Die Katrin demonstriert, dass mit ihrer Beziehung etwas grundsätzlich nicht stimmt. Ihr wird bewusst, dass sie eine Entscheidung treffen muss, Leo oder Florian. Für wen sich Katrin letzten Endes entscheiden wird, erfahren wir schon bald bei Rote Rosen. Wer die Telenovela nicht verpassen möchte, sollte immer montags bis freitags um 14.10 Uhr sehen in der ARD. Noch mehr Rosen-News gibt es bei den KollegInnen von Liebenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017